Hallo zusammen, ja, ich denke, der Hintergrund sagt alles. Vielen, 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 vielen Dank für diese große Beteiligung. Ich gebe jetzt auch einfach mal direkt den Gewinner bekannt und zwar, ja, Mopple. Mopple, wie auch immer es ausgesprochen wird. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich gehe mal auf das Kommentar ein, er hat geschrieben, gelungenes Video. Was mir sehr gefällt, ist, dass du dort wirklich zockst und gleichzeitig laberst. Auch der Vorhang an der Seite sieht echt cool aus, like Kino. Zockst du denn das Game irgendwann in einer anderen 15 Minuten mit weiter oder zockst du einmal 15 Minuten mit diesem Spiel und packst du es direkt danach wieder weg? Alles in allem, mal ein anderes Format von dir, das bei mir und bestimmt bei anderen gut ankommen und du solltest ankommen, meine Güte. Und du solltest es auf jeden Fall weitermachen. Ja, erstmal vielen, vielen Dank. Ich kann nicht richtig vorlesen, ich weiß. Naja, also ich zocke die Spiele nur 15 Minuten an und wegpacken tue ich sie nur dann, wenn sie mir nicht gefallen haben. Ansonsten zocke ich sie halt wieder weiter. Aber nochmal zeigen werde ich sie ja eigentlich nicht. Höchstens, es kommt ein neues Update oder so raus. Aber ich will euch einfach mal ganz viele verschiedene andere Apps und Spiele noch zeigen. Das ist ja diese Sache, diese 15 Minuten mit. Ja, mir hat dieses Kommentar wirklich gut gefallen. Es wurde halt auch ausgelost, deswegen habe ich das genommen, damit jeder dieselbe Chance hat. Ja, deswegen seid nicht traurig, wenn ihr nicht drangekommen seid. Ja, und das war es eigentlich auch schon wieder, ne? Ich bin raus. Euer Held vom Erdbeerfeld.